Neulich war ich in der Savanne unterwegs und habe einen legendären Büffel entdeckt. Ähm, da war... Nein! Vor fast zwei Jahren hatte ich den letzten Neuner gesehen. Und der hier kam ausgerechnet in der Early Access, wo ich den Spielstand nicht übernehmen konnte. Trotzdem sind wir dem Büffel hinterher und haben auf unsere Chance gewartet. Ein bisschen risky, aber eigentlich müsste das gehen. Zu Rugi, erster Schuss. Geht runter. 50, 25. Der Büffel ist schnell gefallen und ich war jetzt extrem gespannt. Wir sind zum Neuner gelaufen und er war wirklich groß. Ich habe ihn aufgehoben und es war ein Troll. Ich wusste jetzt nur nicht, ob ich traurig sein oder mich freuen sollte.